Hallo und herzlich willkommen zu einer Aufnahme 1 vs. 1 und zwar spielen Endercrank und ich zusammen oder eher gegeneinander. Hallo! Jo, herzlich willkommen, man. Auch an meine Zuschauer herzlich willkommen zu einem wieder... Wow, ich kenn die mehr gar nicht, man. Was ist denn da los? Ich hab die jetzt zwei oder dreimal schon gespielt, aber... So, was ist deine Taktik? Borst du dich auch direkt zur Mitte? Äh, Yolo, Molo, Mauda, Dolo und so. Dann geht's fatzfatz ab und dann tötet ich den. Ist ja kein Ding für Kang, wenn die war. Ja, sag mal nix zu viel, gleich komm ich an und dann ist nix mehr, ne? Flyhacker, mein lieber. Flyhacker! Ganz einfach, ey. Sofort irgendein Bann oder so. Das gehört in die Klapse. Ganz einfach. Guck mal auf die Insel hinter dich, ich bin da schon. Ne, ne, ein bisschen. Als ob du von hinten kommst, magst du das von hinten? Natürlich, das ist das angenehmste. Mensch, 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 Mensch. Kannst du mal unterscheiden, so. Männchen, Weibchen, einfach von hinten. Sehr geil. Kommst du wirklich schon von hinten? Ne, doch nicht. Ne, mich verhaust, uiuiuiui. Kannst du igeln? Was, kann ich igeln? Achso, du meinst dieses Laufen bauen? Ja. Nein. Könnte ich aber gerne. Ja, Alter, wenn ich das könnte, ne? Ich würd dich so hart reggen, ne? Ich wär einfach so nach zwei Sekunden einfach in der Mitte oder so. Ja, dann braucht man aber nur so den Hacks anzumachen, das geht genau wie. Wo auf Bagel Labs war es am Anfang richtig kacke, einfach so zu spielen. Nur Hacker irgendwie. Auch da in dem Stream. Ja, das ist immer richtig mies. Aber mittlerweile ist es einfach so geil. Ja, also wenn man jetzt mittlerweile wie ein Professioneller ist, war halt ne Anti-Cheat-Plugin. Junge, gehst du mal bitte. Alter, der kommt einfach mit Nock weg, der Low-Faggot, Alter. Womit denn sonst? Ja. Ja. Mit nem richtig... Ja, ein Schwert tatsächlich auch. Aber wenn du da so im Abgrund rumhüpfst, warum sollte ich dann mit nem Schwert dich angreifen? Oh, ganz einfach. Reck dich gleich easy. Ja, ja. Ist doch kein Gegner. Hast jetzt den eigenen Kampf gewonnen, ja. Pass mal auf. Das wird jetzt richtig easy. Gib mir ein paar Sekunden, dann wird das kaputt. Ach komm, Alter. Labertasche, Alter. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hab dich gewinnen lassen. Ja, das ist doch auch der Standard. Nein. Ich bin übrigens ein Bauspammer. Hab ich das schonmal gesagt. Bist du wirklich? Ah. Shit, wieso treffe ich dich nicht? Nein, in dem Moment setzt du da jedes Mal einen Block hin. Hehehe. Hehehe. I see you. Hehehe. Ich treffe dich einfach nicht. Ich hab einfach so ein bisschen... Hehehe. Hehehe. Nein. Hehehe. 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 Alles klar. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Zeit schinden. Du Schindler. Wenn man nicht genau das hier machen kann. Was? Du meinst doch nicht mit mehr Gold zur Mitte zurückzulaufen? Oh shit, oh shit, oh shit. Verloren. Hab ich das? Nein. Ich habe nicht verloren. Ich gebe nicht auf. Oh fuck. Oh fuck. Hehehe. Ja. Und wie viele Mini-Herzen hast du jetzt noch? Fünf. Oh Gott, putzig. Was? Fünf? Fünf? Seriously? No fake? Was denn sonst? Okay, danke für die Pfeile. Ah! Ja! Oh, scheiße! Ich hab gedacht... Was hättest du nicht gedacht warst du, Alter? Ich hab's gedacht, aber schade. Wolltest du nur machen, Alter? Bist du Drackey Chung oder wie? Ja, ich hab gedacht, du hast mich eh gleich. Dann versuche ich dich einfach noch mit einem Überraschungseffekt... ...einfach noch zu bekommen. Ja, ja. War wohl nix. Das war gar nicht. Ah, scheiße! Was ich da mache? Ich mache das, was du da gerade gemacht hast. Oh fuck. Bloß, ich war nicht so dumm und mache das überm Nichts. So ungefähr kann man das sagen. Aber no. So. Hier noch schöne Wand. Guck mal, die sieht doch schön. Die ist wunderschön, muss ich jetzt echt mal sagen. Nein! Als ob ich so dumm bin und mich einfach direkt... Wo ist denn eigentlich hier über das Bett? Äh, das ist in deiner Base, ne? Ja, das ist... Ja, ja, ja. Hä? Wo bist du denn jetzt? Shit, Alter. Och Mensch, du weißt doch das doch nicht. Okay, jetzt hab ich am Anfang zu große Töne gesprochen. Ich bin einfach der OneyOne-Badwars-King. Weißt du das noch nicht? Du hast kein Gold eingesammelt! Ja, gut. Das war vielleicht ein bisschen blöd von mir, aber... Trotzdem, Hauptsache ich krieg dein Bett. Wenn du mich jetzt so runterkickst. Wenn du mich jetzt so runterkickst. Du hast dein Bett abgebaut. Als ob ich dich noch geschafft runterzukicken. Okay, ich kann außen lang rausspringen. Nicht durch die Mitte. Verdammt, er kommt, er kommt, er kommt. Ah, Faustkampf! Wie der einfach nicht sein Schwert aus Prozess draus soll, der Casper. Yo, ich würd sagen, das war's auf jeden Fall mit der Schmack-Kotastischen Runde. Mit dem Mario. Schaut auf jeden Fall auf sein Kanal vermeiden. Und in der Videobeschreibung verlinkt. Genau. Bis zum nächsten Mal. Oh, Cheerio! Tschüss!